Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Drei Jahre Französisch und trotzdem muss ich mich des Landes in meiner Sprache schämen. Französisch langweilt so krass und Franzosen erst, selbstsüchtige, arrogante Baguette-Fresser. Schätze, du würdest dich mit meiner Mutter nicht so gut verstehen. Nein? Sie ist Französin. Frankreich-Austausch? Wenn du glaubst, dass ich mich mit 20 Chansons-trellernden Pseudo-Hippies in einen Bus setze, vergiss es. Showtime! Ich hab jetzt. Sebastian. Du bist mein Koreis. Was hat er gesagt? Er ist ein Austauschpartner. Bei ihm wohnst du die nächsten zwei Wochen. Bienvenue. Die salle de bain ist da. Was? Willkommen am Arsch der Welt. Bonjour. Ich bin wegen Ballerien. Mädchen sind so in dem Alter. Ballerien nicht. Was ist denn mit dieser Französin? Charlotte? Ja, die macht einen erfahrenen Eindruck. Vielleicht bringen sie mir ja Französisch bei. Läuft da was zwischen dir und Charlotte? Nein. The break! The break! Valerie! Hey, mein Fuß! No! You're looking at her. So blitzig! Sie bringen Plein! 料理 Operator부 Oh, 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 oh. Oh! Oh! Wow! Oh! 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 Vielen Dank.